MOOCs, ist das leere oder kann das weg? Wenn man das so sieht, was aktuell an MOOCs angeboten wird, angeboten worden ist, sind das nicht nur massive Zahlen an Teilnehmern, sondern auch massive Zahlen an Kursen. Class Central ist einer der Aggregatoren, eine der Seiten, die quasi als Suchmaschine für MOOCs fungieren. Und dann sieht man eben, das ist der Stand von gestern Abend, 1.140 abgeschlossene Kurse auf dieser Seite gelistet. Diese Seite listet bei weitem nicht alles, was als MOOC bezeichnet wird, aber selbst da kommt man schon, also über 1.000. Und was alles noch kommen soll, ist auch beträchtlich. Das heißt, da steckt schon ordentlich was an Impuls dahinter, zumindest von Seiten der Hochschulen, ob es auch von Seiten der Studentinnen und Studenten wahrgenommen wird, dazu werde ich dann im Verlauf ein bisschen mehr sagen. Ich will vorne anfangen, sicherheitshalber alle werden hier im Raum wissen, was MOOCs eigentlich sind, aber sicherheitshalber fange ich ganz von vorne an, kann dann vielleicht hier und da auch noch ein bisschen was zur jahrzehntelange Vorgeschichte erzählen. Wie sieht das dann wirklich aus, auch aus Sicht des Produzenten? Teil 2. Die aktuellen Entwicklungen. Am Anfang dieser Woche war ja die MOOC-Konferenz in Lausanne, da gab es einige spannende Geschichten. In den Wochen vorher gab es auch einige spannende Geschichten, die habe ich mal zusammengefasst. Und zum Schluss die Frage, kann das weg oder nicht? Wird es überhaupt weggehen? Selbst wenn wir wollen würden, dass es weggeht, würde es überhaupt weggehen? Wozu ist es eigentlich gut? Was sind die Gefahren? Was ist das? Massive offene Online-Kurse. Ein Begriff, der immer unschärfer wird. Ich sage gleich nochmal was zu den einzelnen Bestandteilen, inwiefern die jetzt immer unschärfer werden. Aber im Prinzip ging es erstmal damit los. Das erste konnektivistische MOOC, C am Anfang, das C für Konnektivismus. Konnektivismus, weil dieses MOOC auch genau darum ging. Konnektivismus und verbundenes Wissen, wenn man so will. Wirkt die Idee, dass Wissen in den Verbindungen steckt. Dass Wissen nicht im Kopf steckt, sondern in den Verbindungen generiert wird und dann auch in den Verbindungen steckt. Darüber ein Kurs, aber eher ein sozialwissenschaftliches, geisteswissenschaftliches Seminar. Nicht das, was man so üblicherweise als Informatikvorlesung oder so haben würde, nach Lehrbuch, sondern eine Art von Seminar, in dem die Teilnehmer, mehr als 2000, zusammenarbeiten, über das Internet, über ganz verschiedene Arten. Google Groups, Wikis seinerzeit noch, Bilder auf Flickr, irgendwelche Lernplattformen. Man schreibt Beiträge und teilt diese Beiträge, diskutiert diese Beiträge, erarbeitet Beiträge zusammen. All das zusammengebunden über RSS-Feeds. Ist auch so ein bisschen aus der Mode gekommen, das mit den RSS-Feeds, dass man Benachrichtigungen kriegt, wer wann was wo gepostet hat. Heute hat man im Zweifelsfall irgendwo ein Twitter-Feed. Das ist das klassische C-MOOC, eher so eine Art geisteswissenschaftliches Seminar. Das ist aber nicht, weshalb das Thema hochgekocht ist in den Medien und in den Hochschulleitungen, sondern das Thema ist hochgekocht, weil Sebastian Thrun und Peter Norwig 2011 in Stanford diesen Kurs gemacht haben, Introduction to Artificial Intelligence, mit 100.000 plus x Teilnehmern, von denen 23.000 zum Schluss auch so eine elektronische Prüfung gemacht haben, die äquivalent gewesen sein soll zur offiziellen Prüfung in Stanford. Und dafür gab es dann eben eine PDF-Datei zum Ausdrucken und an die Wand hängen. Deshalb ist das Thema so hochgekocht. Hunderttausende in einer Veranstaltung von Stanford. Ich sollte noch was zum Namen sagen überhaupt. Ex-MOOC. Ex-MOOC kommt von Extension Classes ursprünglich mal. Extension Classes sind die Abendklassen der amerikanischen Universitäten, die Fortbildung, Weiterbildungsklassen. Das Thema ist Ende 2012, Anfang 2013 quer durch die Medien gegangen. Titelseite auf der Times. Der Stanford-Präsident redet vom Coming Tsunami und Coursera, der größte Anbieter, sammelt 60 Millionen plus x an US-Dollar Venture Capital ein. Also die Industrie verhofft sich da schon extrem was, den Vestoren erhoffen sich da extrem was. Die Frage ist, was dabei rauskommt. Aber es ist zumindest sehr viel Wucht in dem Thema drin gewesen vielleicht vor einem halben Jahr. Es ist doch etwas am Abflauen, das Interesse. Die Landschaft, wie sie sich darstellt, Udacity war praktisch der erste Anbieter. Sebastian Thun hat dann nach dem Erfolg seines Kurses bei Stanford Udacity gegründet. Praktisch zum selben Zeitpunkt Coursera, was jetzt der größte Anbieter ist von solchen Kursen. AdEx auf der anderen Seite des amerikanischen Kontinents, MIT und Harvard zusammen und inzwischen viele, viele andere mehr. Und das geht dann so weiter. Stanford macht selbst noch eine eigene Plattform. Es gibt eine weitere Ausgründung aus Stanford, Novo Ad. Es gibt den klassischen Anbieter von Lernplattformen. Canvas ist bei uns nicht so bekannt. Anbieter von Weiterbildung, Academic Partnerships, die haben sowas, das sich nennt Book to Degree. Auf der europäischen Seite in Deutschland Potsdam, das Hasso-Plattner-Institut, Open HPI, waren wohl die Ersten in Deutschland mit großen Kursen. Dann natürlich zum Thema Informatik. Leuphana mit einem C-MOOC zur Stadt der Zukunft, was sicherlich auch für die Universität hier interessant ist. Von Ansatz her Architektur, verschiedene Kulturen zusammenbringen in einer Art von C-MOOC, nicht so sehr Ex-MOOC. OpenCourseWorld ist in Saarbrücken, IMC ein großer Anbieter von Lernplattformen. Iversity ist wahrscheinlich in Deutschland der bekannteste Anbieter inzwischen. In Großbritannien gibt es von der Open University, also sozusagen von der Fernuni in Großbritannien, von der Open University geführt, Future Learn als zentrale Instanz, die quasi staatlicher Art ist. Iversity in Deutschland ist ja ein Privatunternehmen. Wir haben in Deutschland irgendwie keinen staatlichen Vertreter an dieser Stelle. Es wird überlegt, von den Ministerien im Rahmen von, Anführungszeichen, intelligenten Bildungsnetzen sowas zu machen, aber das wird dann viel zu spät kommen. Inzwischen hat Iversity, denke ich, den Status in Deutschland, den Future Learn in Großbritannien hat, da aber als zentraler quasi staatlicher Anbieter. In Spanien, Portugal ist erstaunlich viel los, was man hier natürlich wegen der Sprachbarriere nicht so unbedingt mitkriegt. Und ich habe Mirada, das ist zwar hauptsächlich von der spanischen Telefonica finanziert, habe ich da bei Südamerika irgendwo einsortiert, weil Spanisch ist natürlich für Südamerika total spannend. Es gibt eine europäische Initiative, die EU ist auch nicht unterhältlich geblieben, Open Up Ad ist eine europäische Initiative. Das ist nicht wirklich eine Institution, die MOOCs produziert, das ist auch sein Aggregator. Sie verwalten eigentlich eine Liste und kümmern sich neulich auch ein bisschen um Anführungszeichen Qualität, was mit Inhalt zu füllen ist. Da sind eher Vertreter auch aus den südeuropäischen Ländern drin, plus Israel, plus Russland. Aus Deutschland habe ich da noch nichts gesehen. Australien ist dabei, Open to Study. Das kann ich nicht aussprechen. Das ist Saudi-Arabien. Tatsächlich, wenn man sich das anguckt, von Google übersetzen lässt, ist man wirklich platt. Das sieht aus, wie Coursera aussieht und Adversity aussieht, aber auf Arabisch für Saudi-Arabien und natürlich die andere arabische Welt. Japan ist dabei, China ist dabei und seit ein paar Wochen ist Frankreich dabei, auch mit einer zentralen Plattform, quasi staatlichen Plattform, dann von den üblichen Forschungsinstitutionen und Universitäten in Frankreich zusammen. Das ist die Landschaft derzeit. Noch unterwegs, T-Systems und die TU9-Universitäten sitzen an Kursen zu, in Anführungszeichen, German Engineering, wahrscheinlich irgendwas zu Automobiltechnik, Maschinenbau, sowas in der Art, mal sehen, was daraus werden wird. Da soll was kommen, aus der Ecke, ist noch unterwegs. Sicherheitshalber, wie so ein Ex-MOOG aussieht, die meisten von diesen Anbietern, die da aufgelistet sind, machen praktisch ausschließlich Ex-MOOGs, mit wenigen Ausnahmen. So ein Ex-MOOG, was eben einer klassischen Lehrveranstaltung entspricht, im ingenieurwissenschaftlichen Bereich, sollte ich sagen, eben nicht im geisteswissenschaftlichen Seminar entspricht. So ein Ex-MOOG besteht typischerweise aus Videos, Lehrvideos, das ist dann auch eine wesentliche Brücke zum zweiten Teil, nachher zum Flip Classroom, der ja auch gerne mit Lehrvideos, oder besser noch Erklärvideos arbeitet. Das hier ist jetzt von meinem eigenen bei Udacity. Udacity hat extrem kurze Stückelungen, Videos, die wirklich nur ein, zwei Minuten lang sind, manchmal sogar eine halbe Minute nur lang sind. Zu dem handgezeichneten Stil sage ich später auch noch was. Videos, dazu Quizze, Selbsttests, würde man wahrscheinlich schön auf Deutsch sagen, Selbsttests, mehr oder minder komplizierter Art, das ist hier jetzt eher einer der minder komplizierten Art, einfach Single Choice, das sind die Möglichkeiten, wähle eine und dann gucken wir, ob es richtig war oder nicht. Eben Sachen, die man am Computer auswerten kann, sodass es auch wirklich für ein paar Tausend oder ein paar zigtausend Teilnehmer machbar ist. Und es gibt ein, in Anführungszeichen, Zertifikat, man muss etwas vorsichtig sein mit dem Namen Zertifikat, inzwischen heißt es an einigen Stellen ein Statement of Accomplishment, quasi ein Nachweis der erfolgreichen Teilnahme, aber nicht wirklich ein Zertifikat, das hier ist aus den Anfangszeiten von Udacity, da stand dann wirklich Certificate, dann da drauf, ein Zertifikat, was nur sagt, dass man so und so viele dieser Quizzes richtig gemacht hat und am Schluss höchstwahrscheinlich noch eine elektronische Prüfung hat, wie es richtig gemacht hat. Dann kriegt man so ein Download-Ding, hier ist dein Zertifikat, dann hat man ein PDF und darf sich das ausdrucken. Das ist also nicht allzu toll von der Rechtsgültigkeit her, man hat irgendeinen Zettel dann generiert, den man sich an die Wand hängen kann, den man aber auch an Bewerbungsschreiben hängen kann. Das muss ich nachher nochmal erwähnen. Inzwischen gibt es bei den großen Anbietern, das ist Udacity als drittgrößter, AdEx als zweitgrößter und Coursera als allergrößter, bei den großen Anbietern gibt es an vielen Stellen, inzwischen auch die Möglichkeit, dass eine Identitätsprüfung stattfindet, dass ich also im Zweifelsfall da nicht Donald Duck draufstehen habe, sondern wirklich den korrekten Namen und jemand irgendwie in meinen Ausweis geguckt hat, vielleicht per Webcam in den Ausweis geguckt hat, aber es ist irgendwas irgendwie überprüft worden gegen eine gewisse Gebühr, sagen wir 50 Dollar, 100 Dollar, also in dieser Art. Prüfung unter Aufsicht machen auch die amerikanischen Anbieter, Aufsicht per Webcam. Es guckt einer per Webcam zu oder droht damit per Webcam zuzugucken, man weiß ja nicht, ob die Gegenseite zuguckt bei der Webcam. Und die traditionelle Prüfung, tatsächlich zur Hochschule gehen, in irgendein Prüfungszentrum gehen und wirklich eine Klausur schreiben, da sitzt Iversity zum Beispiel in Deutschland dran. Kommen wir noch dazu. Das nochmal als Beispiel, wie das dann wirklich passieren kann. Das ist eine Kooperation von Udacity mit der San Jose State University. Da gibt es dann eben Kurse für San Jose Studenten, aber auch offensichtlich andere. Man zahlt seine 150 Dollar, kriegt dann drei amerikanische Credits von der San Jose State University für die Prüfung, die man da gemacht hat. Und wenn hier steht, die technischen Anforderungen, man muss Internetverbindung und Webkamera haben, per Webkamera wird zugeguckt bei der Prüfung. So kann das dann laufen. Das sieht so aus, wenn man die Geschichte betrachtet, als ob das nichts Neues wäre. Universität übers Fernsehen, das gab es schon 1958 in den USA. NBC hatte was, was ich nannte Continental Classroom. CBS hatte Sunrise Semester mit der New York University zusammen, wo dann irgendwelche Koryphäen im Fernsehstudio gesessen haben, 100.000 an Zuschauern, 100.000 dann an Zuschauern irgendwelche Vorträge gehalten haben. Und dann gab es tatsächlich auch an Universitäten in den USA Prüfungen zu dem einen oder anderen Kurs. Insofern hatten wir das eigentlich, möchte man meinen, schon 1958. Handgemacht, diese Idee mit den eingestreuten Selbsttests, gibt es seit 68 zumindest handgemacht, der sogenannte Kellerplan, Fred Keller, das Personalized System of Instruction. Wer hatte das zu Fuß gemacht? Die Studenten, Studentinnen, müssen zum Beispiel ein Buchkapitel lesen, gehen dann zu einem höheren Semester. Das höhere Semester macht einen kleinen Test, stellt fest, ob das Buchkapitel angekommen ist oder nicht. Und wenn das Buchkapitel nicht angekommen ist, dann muss der Erstsemester, die Erstsemesterin wieder zurück und nochmal das Buchkapitel lesen oder irgendwelche extra Aufgaben machen. Also das waren sozusagen handgemachte Tests. Das ist der Kellerplan gewesen, 1968. Noch nicht per Computer unterstützt. Und es gab solche großen Initiativen der Elite-Unis in den USA im Internet auch schon 2000, 2001. Da erinnert sich heute niemand mehr dran. Ich muss es auch erst wieder googeln. Fathom war die Columbia University und ein paar andere. Und All Learn war in Oxford, also nicht nur USA, so offensichtlich, wobei Oxford sich neuerdings sehr bedeckt hält, was die MOOCs angeht. Oxford, Yale und Stanford. Das waren tatsächlich Sammlungen von Online-Kursen, wenn man so will. Noch nicht so viele Videos zu dem Zeitpunkt, aber Online-Kursen mit allem Pipapo, für die man zahlen musste. Und die sind sank und klanglos untergegangen. Alle beide, Fathom und All Learn. Millionen an Dollar versenkt an der Stelle. Es gibt aber was Neues. Was neu ist, ist tatsächlich dieses Web 2.0-mäßige. Ein Forum, auf dem sich jetzt Tausende unterhalten können, über den Kurs, über Fragen dazu, was gut ist, was schlecht ist, was sie nicht verstanden haben. Die Hoffnung ist, so einen Netzwerkeffekt zu generieren damit. Wenn ich wirklich 10.000 Leute habe, die am so und so fielten, so und so fielten, dieselben Aufgaben bearbeiten müssen, dann ist die Hoffnung, dass sie sich gegenseitig betreuen können. Nicht, dass ich da jetzt mit 100 Tutorinnen und Tutoren helfen muss, sondern dass sie sich gegenseitig betreuen. Dass der Arbeitsaufwand an der Stelle geringer wird und dass der Erfolg auch größer wird. Man kann ja auch von Sachen profitieren, dass es Leute aus verschiedenen Nationen gibt, die sich gegenseitig was erzählen können über ihre Kulturen. Denken Sie an Architektur, denken Sie an Soziologie und man hat solche Effekte wie verschiedene Zeitzonen. Der eine hat seine Frage gestellt und geht dann ins Bett, der nächste steht gerade auf und kann die Frage beantworten. Wenn diese Kurse richtig groß sind, klappt es im Prinzip, eine Frage zu stellen und sie ist binnen weniger Minuten von irgendwem, irgendwo auf der Welt beantwortet. Dazu muss natürlich ein Kurs extrem groß sein, damit das funktioniert. Also dieser Netzwerkeffekt ist etwas, das man bisher so nicht hatte, mangels Web 2.0 sozusagen. Aber diesen Netzwerk in Gang zu kriegen, ist halt schwierig. Nochmal zu den einzelnen Bestandteilen. Massiv. Was ist eigentlich massiv? Zigtausend Anmeldungen und dann gibt es nachher nur 50 Prüfungen. Ist das eigentlich massiv? Nach bisheriger Bezeichnungsweise würde man sie ja sagen. Das ist ein massiver Kurs. 100 Anmeldungen und 100 Prüfungen wäre dann kein massiver Kurs. Ist schwierig an der Stelle. Was heißt massiv? Noch schwieriger ist dieser Begriff Open. Open heißt eigentlich erstmal nur, jeder darf teilnehmen, man braucht kein Abitur. Open heißt obendrein, wenn ich keinen offiziellen Schein haben will, sondern das Ganze nur zum Spaß mache sozusagen, dann ist es gratis. Aber mehr bedeutet Open an dieser Stelle nicht. Bei einigen Kursen, zum Beispiel die Udacity Kurse, die Videos der Udacity Kurse, das sind zumindest die Videos dann unter Creative Commons, aber nur non-commercial. Dasselbe mache ich übrigens auch mit meinen YouTube-Videos, dass die non-commercial sind, nur nutzbar sind, ohne weiteres nachfragen. TU Delft hat Kurse auf AdEx zu Umwelt, im größeren Rahmen. Die sind auch unter dieser Creative Commons Lizenz, non-commercial. Die ist natürlich nicht wirklich offen, in dem Sinne, wie Linux offen ist, oder andere Sachen offen sind. Was ist eigentlich mit Kursen mit offener Lizenz? Die gibt es höchst seltener. Einige von den CMUGs haben dann tatsächlich eine wirklich offene Lizenz. Aber die meisten Kurse sind, was Lizenzen angeht, wirklich gedeckelt. Dieses Wort offen ist mit Vorsicht zu genießen. Das Wort online wird vielleicht dem Näs mit Vorsicht zu genießen sein, denn es sieht so aus, als ob Afrika und Südamerika zunehmend und auch Indien, großen Weiten von Indien, zunehmend in das Visier der Anbieter geraten. Und da wird man wahrscheinlich diese Materialien offline verteilen müssen, auf Scheiben oder auf Sticks verteilen müssen. Dann ist es nicht mehr online in dem Sinne. Kurs ist auch so eine Frage. Was ist jetzt eigentlich ein Kurs? Eine 10-Kredit-Veranstaltung über ein Semester lang, also 300 Stunden, oder mal gerade so drei Stunden irgendwas lernen? Einige Leute bezeichnen auch die Kahn-Akademie, was ja im Wesentlichen eine Sammlung von Erklärvideos ist, oder war, inzwischen gibt es ja auch viel mehr drumherum, aber eine Sammlung von Erklärvideos, ist das ein MOOC? Eigentlich nicht, es ist ja kein Kurs, es ist ja nur so eine Sammlung von Material. Das geht also extrem durcheinander, was diese Begriffe alles bedeuten sollen. So, das zur Definition. Wie läuft denn das? Planungstechnisch. Bei mir sah es so aus, Vorgabe von Udacity war, wir wollen sieben Einheiten haben, die so irgendwie einer klassischen Vorlesungswoche entsprechen. Und dann kann man natürlich einfach drangehen, sich eine Tabelle machen, okay, was will ich ein Video haben? Dann soll ein Quiz kommen, wie lange dauert das Quiz? Dann vielleicht noch ein Quiz, wie lange dauert das Quiz? Dann will ich was erklären, wie lange dauert das Video? Dann gibt es wieder eine Aufgabe, und so weiter, und so weiter, und zum Schluss sollen vielleicht pro Woche irgendwie sechs, sieben Stunden rauskommen. Wäre einfach ganz geradlinig so dann durchgeplant eben. Was ich obendrein gemacht habe, ist, dass ich für die Udacity-Videos die einzelnen Seiten sozusagen skizziert habe. Jedes Video ist bei Udacity so kurz, dass es praktisch nur eine einzige Seite ist. Insofern habe ich dann einfach ein Storyboard gemalt für diese eine einzige Seite und das dann eben live nachgemalt sozusagen oder ausgeführt, aber sauber. Das ist also erstmal nur die Vorschrift. Ich habe mich bemüht, sauber zu schreiben an der Stelle. Das ist so ein ganz simpler Prozess, hat irgendwie funktioniert. Wenn man das Ganze institutionalisieren will, kann man sowas machen, wie die Heidgenössische Technische Hochschule in Lausanne. Die haben eine MOOC-Factory und sagen, wir machen so 10 MOOCs parallel, richtig fabrikmäßig ziehen die das durch und die haben dann wirklich einen Prozess definiert. Knallhart, wie das sein soll. Die Dozentinnen und Dozenten, die ein MOOC machen wollen an der EPFL, die müssen sich erstmal bewerben. Es darf nicht jeder, sondern man muss sich drum bewerben. Weit im Vorfeld, acht Monate bevor der Kurs dann wirklich offiziell startet und dann geht das in getakteten Schritten weiter. Es werden Prototypen gebaut, die erste Einheit als Prototyp, die werden angeguckt, durchdiskutiert. Man muss ja auch ein Teaser-Video haben, irgendwie so zwei, drei Minuten Werbevideo, warum dieser Kurs so genial ist, dass man jetzt teilnehmen muss. All das wird dann in sauberer Planung getaktet dann produziert, offensichtlich, zumindest aus, wenn man sich die Planungsdokumente da anguckt. Und dann geht eben irgendwann die Anmeldephase los und irgendwann geht tatsächlich der Betrieb los. Also man kann das Ganze extrem strukturieren und wenn man wirklich das fabrikmäßig machen will, MOOC Factory, wenn man es wirklich fabrikmäßig machen will, kommt man wahrscheinlich noch nicht drum herum, diesen Prozess extrem zu strukturieren. Studiotechnisch kann das so aussehen, das ist das Udacity-Studio. Das Studio der EPFL sieht witzigerweise sehr, sehr ähnlich aus. Also ein Weckenbildschirm, eine HD-Kamera, obendrauf Beleuchtung, ein Rechner, um die Screenaufnahme zu machen, Mikrofon, ein Ohrbügel-Mikrofon und dann geht es los. Das ist das Studio bei Udacity. Diese Kamera von oben, die EPFL macht das auch so, die Kamera von oben ist dafür da, dass man die Hand zeigen kann. Sonst hat man das Problem, wenn man nur die Bildschirmaufnahme hat, ist es nicht so schön zu zeigen. Ich meine, ich mache das hier jetzt ja auch gerade mit der Maus, aber es ist natürlich hübscher, wenn man die Hand hat, die zeigen kann. Man sieht zumindest etwas vom Dozenten. Bei Udacity sieht man den Dozenten typischerweise gar nicht, das Gesicht gar nicht, nur die Hand. Bei der EPFL ist manchmal das Gesicht daneben gestellt. Wenn ich zu Hause was aufnehme, sieht das so aus, der größere Wacom-Bildschirm und dann hat man netterweise Platz, noch ein Konzept daneben dran zu zeigen. Also dieser Bereich hier wird aufgenommen und daneben steht dann noch das Konzept. Alles auf einem Bildschirm und dann kann man natürlich noch ein paar andere Bildschirme anschließen, wenn man gerne möchte, aber so ist das relativ komfortabel zu arbeiten. An der Stelle habe ich natürlich keine aufgenommene Hand, ich habe immer ein bisschen rumexperimentiert, das ist eine computergrafisch generierte Hand. Man hat ja die Stiftdaten, wo sitzt die Position, wenn man nicht nur die Screenaufnahme macht, sondern wirklich persönlich mit dem Wacom-Tablet redet sozusagen. Von der Software her hat man ja die Positionsdaten. Man kann natürlich da jetzt per Computergrafik eine Hand reindichten. Fand ich eine niedliche Idee, mache ich nicht mehr. Das ist irgendwie ein bisschen überkandidelt. Wo geht man dann hin mit seinen Videos und seinen Quizzes? Coursera versucht sich ja abzuschotten, das ist wahrscheinlich Teil des Geschäftsmodells, dass man sagt, wir nehmen nur die Besten aus jedem Land. Der Trick ist, wenn man das sagt, kommen dann aus jedem Land auch die Besten und sagen, wir auch, wir auch. Aber das heißt natürlich, dass die typische Hochschule nicht auf Coursera ist. Mit Ausnahmen, es gibt auf Coursera auch gehostet Angebote von staatlichen amerikanischen Hochschulen, die sind aber irgendwie so, wie soll ich sagen, nicht öffentlich wirklich gut sichtbar. Die scheinen irgendeinen eigenen Bereich gekriegt zu haben. Also die gefeatureten MOOCs auf Coursera sind die Elite-Universitäten. Das heißt, das wird typischerweise keine Wahl sein. AdEx ist auch eine sehr elitäre Veranstaltung. Vor allen Dingen verlangen die anscheinend eine Art Eintrittsgebühr. Es ist ja kein offiziell, kein Unternehmen wie Coursera. AdEx ist offiziell nicht gewinnorientiert. Insofern muss man da Eintrittsgebühr bezahlen, sozusagen. Iversity in Deutschland scheint so zu funktionieren, dass man einfach Bescheid sagt. Hallo, ich möchte was machen. Wahrscheinlich läuft dann intern so ein minimaler Qualitätssicherungsprozess bei Iversity, ob der diejenige was machen darf oder nicht. Aber dann scheint das einfach so zu funktionieren. MOOC.org soll ein Angebot werden von Google. Das ist die Software von AdEx auf Google-Servern laufend. Für jedermann. Soll irgendwann jetzt in den nächsten Monaten rauskommen. Also eine Plattform, die man dann einfach frei nutzen kann, anscheinend. Das wird man sehen. Man kann es natürlich auch selber hosten. AdEx, die Software, die AdEx hat, die gibt es frei runterlagbar. Wenn man jemanden findet, der das Ding installiert und wartet, kann man das auf seinen eigenen Servern hosten. Die Software der Khan Academy gibt es frei, runterladbar zum Installieren auf den eigenen Server. Man kann natürlich auch sowas nehmen wie Moodle oder Elias. Die Frage ist, ob die dann irgendwann bei 100.000 Leuten in die Knie gehen, insbesondere wenn dann noch Videos auf dem lokalen Server eingebunden sind. Aber im Prinzip könnte man ein Standard-Learning-Management-System nehmen dafür. Die Kosten, was kostet es eigentlich, sowas zu machen? Wie gesagt, AdEx will so eine Art Eintrittsgebühr haben, offensichtlich. Das sind die Zahlen, die mal rausgekommen sind aus irgendeinem Vertrag mit AdEx. Wenn die Hochschule selbst produziert, kriegt AdEx die ersten 50.000 US-Dollar an Einnahmen, wobei unklar ist, wo denn jetzt die Einnahmen herkommen, aus Prüfungen, 50.000 US-Dollar, da muss man schon viele Prüfungen machen. Oder man lässt AdEx das produzieren, das sieht sehr abschreckend aus, ich denke, das ist dann einfach nur zur Abschreckung gedacht. Produziert es selber, wir hosten es. Udacity plant, nein, ist falsch gesagt, Udacity hat einen Master gestartet mit Georgia Tech, einen Master, der so aussieht wie die üblichen Udacity-Kurse, online abläuft mit Fernbetreuung, mit Georgia Tech, dafür soll es das offizielle Georgia Tech-Zertifikat, geben und auch da sind die Verträge ans Tageslicht gekommen und von daher weiß man, was Udacity ansetzt, an Kosten. Also erstmal werden die Professorinnen und Professoren, die die Kurse bauen, bezahlt, 20.000 Dollar an die Autoren sozusagen, plus ein bisschen was bei jeder Wiederholung, dann soll jemand den Kurs leiten, also zum Beispiel offiziell das Forum in der Hand haben und so weiter, dafür gibt es auch noch was und eben 100.000 plus x an Produktionskosten für so einen Kurs, ein klassisches Modul eben, wie es typischerweise stattfindet und dann gibt es eben als Novum an der Stelle für die MOOCs Betreuung, an der Stelle muss dann bezahlt werden, es gibt Betreuung, wenn man bezahlt und auch das ist natürlich ein gewisser Posten, 33.000 pro Kurs Dollar. So sieht das bei diesem Master aus. Anfang der Woche auf einem Panel in Lausanne gab es netterweise die Frage an die Vertreter von diesen drei Plattformen hier, was kostet das denn bei euch? Produktionskosten, Durchführungskosten, es war nicht so ganz klar, die Vertreter waren sich selbst dann auch nicht einig, was sind jetzt eigentlich Produktionskosten oder was sind Produktionskosten plus Durchführungskosten, aber man hat Hausnummern dann zumindest, also ad-exakt 50.000 Dollar kostet so einen Kurs, wenn der für uns gebaut wird, aber die sagen, okay, wir haben mal richtig in die Vollen gegriffen und China X produziert eine Million US-Dollar, quasi Hollywood-mäßig. Es geht auch so, wenn man will. Coursera ist dann auch in derselben Größenordnung, 50.000 bis 100.000 US-Dollar, Futureland, Großbritannien sagt 30.000 Pfund, wobei das nicht für so ein klassisches Modul ist, bei dem hier oben ist es wahrscheinlich auch nicht die Größe eines klassischen Moduls, sondern eher so ein halbes Modul, ein halbes Semester sozusagen. In der Größenordnung bewegt man sich dann also klar fünfstellige Beträge. Der Stifterverband hatte ja diesen Wettbewerb für MOOCs, die jetzt auf Iversity laufen, wo man sich bewerben konnte um 25.000 Euro an Förderung und wenn man dann so ein bisschen sieht, was hinter den Kulissen stattfindet, diese 25.000 Euro sind vielleicht die Hälfte von dem, was dann wirklich an Kosten entsteht, vielleicht sogar nur ein Drittel von dem. Wenn dann wirklich Leute da sitzen, Tag und Nacht Videos produzieren, Tag und Nacht Foren pflegen, da kommt man mit 25.000 Euro nicht allzu weit. Also da ging es dann irgendwie eher darum, dabei zu sein, als mit den 25.000 Euro wirklich das finanzieren zu können. Ich hatte den Eindruck, als ob viele von den Leuten, die sich beworben haben, es auch ohne die 25.000 Euro hätten machen wollen. Einfach nur, weil sie dabei sind. Aus der eigenen Perspektive, wie so ein Kurs dann bei Udacity eben ausgesehen hat für mich. Vorteil bei Udacity ist die ganze Videoproduktion, Untertitel, Quizze, Softwarepflege und sowas. Für all das gibt es Leute, die das hochprofessionell machen. Man muss sich wirklich nur ins Studio setzen und zeichnen und was sagen. Der Kurs, den ich da gemacht habe, der war wirklich komplett neu gestrickt. Und so habe ich das Thema noch nirgendwo gesehen, so habe ich es insbesondere selbst noch nicht gebracht, die Differenzialgleichungen. 30 Tage an Planung dafür war viel zu kurz, aber irgendwie hat es trotzdem funktioniert. Und dann mehr als zwei Wochen von morgens bis abends im Studio gesessen, in der dunklen Kammer. Und dann ist man natürlich noch nicht fertig. Irgendwie muss man sich noch überlegen, was kommt da jetzt an Quizzen dran, an Selbsttests dran. Und man muss das Ganze auch noch zum Funktionieren kriegen. Das ist bei so einem Kurs, der Programmieranteile hat, sehr eklig, das zum Funktionieren zu kriegen. Man muss ja Programme schreiben, die Programme prüfen, ob sie richtig sind oder halbwegs richtig sind. Das fiese ist, die Programme prüfen, ob sie halbwegs richtig sind bei solchen Simulationsgeschichten mit Differenzialgleichungen. Da gibt es dann eben Leute, die sich um die Programmierung kümmern, aber zum Schluss ist man dann doch eben als Kursautor gefragt, sich zu überlegen, was denn jetzt gerade noch in den Grenzen des Erlaubten ist und wie man das feststellen kann, was in den Grenzen des Erlaubten ist. Dazu Forenbetreuung. Wenn man das ernst nimmt, sind da auch ein paar Stunden am Tag weg und Fehlerbehebung, das ist ein Problem, das habe ich schmerzhaft gelernt, wenn man einen Kurs komplett neu baut, da sind natürlich massiv Fehler drin, gerade wenn es um Programmierung geht, um automatische Tests von Programmen geht, das hat Folgen, das kriegt man nicht aus dem Stand fehlerlos hin. Das ist, was man, denke ich, an Mindestaufwand reinsetzen muss und man kann eben, das sieht man in dem China X von AdEx, man kann beliebig weiter Aufwand reinstecken. Aus der Sicht der Teilnehmer, das war jetzt eben die Sicht der Anbieter sozusagen, wie sieht so ein Kurs aus Sicht der Teilnehmer aus? Anscheinend sehr frustrierend. Bei jedem Vortrag zeige ich dieses Diagramm, was hat sich in der Zeit, in den Monaten, in den Jahren, seit Beginn der MOOCs nichts an diesem Diagramm geändert. Das hier ist einer der ersten Kurse gewesen, Elektrotechnik am MIT. Es registrieren sich Hunderttausende und davon kommt die Hälfte irgendwo überhaupt im Kurs an und bei der ersten Größenaufgabe ist schon wieder die Hälfte weg und so weiter und so weiter. Ein exponentieller Anfang in den ersten Wochen und irgendwann stabilisiert sich das dann. Das sind zum Schluss immer noch 5800 gewesen. Problematisch wird das, wenn man hier am Anfang mit 10.000 anfängt, so ein typisches deutschsprachiges MOOC, wenn man mit 10.000 anfängt und zum Schluss sind es hier nur noch 50 oder so. Das wird dann ein bisschen ärgerlich, wenn man da zigtausend an Euro reinsteckt. Das lohnt sich nicht mehr so ganz. Da muss man ein bisschen aufpassen an der Stelle. Das sieht, wenn man so anguckt, wer sich da so meldet auf dem Forum, das ist jetzt aus meinem Kurs dann bei Udacity, wer sich da so meldet aus dem Forum, dann denkt man ja, wow, das ist ja wirklich quer durch die Welt. Leute, die mal weiter in NASA waren und Leute aus Jamaika, Leute aus Russland, wie auch immer. Der Eindruck scheint sich hier so etwas zu verflüchtigen. Afrika ist echt schwierig. Videos in Afrika, schwierig, schwierig. Der Rest der Welt geht so halbwegs. Diese Idee der Demokratisierung wurde am Anfang, die Demokratisierung der Bildung wurde am Anfang sehr gepusht. Und hier die beiden, Muhammad und Gadija Niasi, die wurden rumgereicht um die Welt und man sagt, hier guckt mal, Kinder gucken jetzt die MOOCs von Coursera und Udacity. Kinder aus Pakistan gucken jetzt diese MOOCs von Udacity und Coursera und lernen plötzlich was über Astrobiologie und Einstein. Jetzt haben wir doch endlich die ganze Welt unterrichtet. Ist nicht ganz so. Die typischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von MOOCs, die haben bereits einen Hochschulabschluss, vielleicht sogar Promotion. Das ist wirklich so eine Verteilung, die man an ganz vielen Stellen sieht. Es gibt von vielen MOOCs solche Statistiken. Wer nimmt eigentlich teil? Die Leute, die noch keinen Hochschulabschluss haben, sind überall in der Minderzahl. Ich habe zumindest noch kein Beispiel gesehen, wo das wirklich ein bedeutender Anteil wäre. Auch das sind natürlich, kann man jetzt wieder sagen, auch das sind jetzt wieder Tausende, natürlich, aber im Verhältnis sind es relativ wenig. Diese MOOCs richten sich hauptsächlich an ein Publikum, das bereits irgendeinen Hochschulabschluss hat. Das weiß ich auch von meinen eigenen Studentinnen und Studenten. Die hatte ich mal gefragt, Ende letzten Jahres, habe ich mal gefragt, okay, wer von euch hat denn sowas schon mal gesehen, gehört, gemacht, kennt niemand. Iversity, Coursera, et exudacity, es ist einfach unbekannt bei den Studentinnen und Studenten. Und das zeigt sich quer durch die Bank, das ist hier Pennsylvania. Pennsylvania hat auf Coursera einige Dutzend an MOOCs und sich die Statistiken eben mal zusammenfassend angeguckt. Man könnte jetzt hoffen, dass die Welt unterrichtet, wir sind hier in Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Man könnte jetzt hoffen, dass man da die Welt unterrichtet, aber man erwischt eben die jungen, gut gebildeten Männer. Man erreicht nicht jedermann. Sebastian Truhn hat sich zu diesem Statement hier hinreißen lassen, we have a lousy product, weil er war am Anfang schon einer derjenigen, die gesagt haben, jetzt können wir endlich die Welt bilden, Bildung für jedermann. Das hat er gemerkt. Es klappt nichts mit Afrika, es klappt nicht mal mit den Studentinnen und Studenten von San José, den üblichen Highschool-Absolventen da aus San José. Diese Art von Unterricht haut nicht gut hin. Was derzeit bei den Ex-MOOCs, ausdrücklich Ex-MOOCs, nicht den C-MOOCs, sondern bei den Ex-MOOCs, also denen, die eher so naturwissenschaftlich-technisch sind von der Machart her, nach Lehrbuch quasi, was da an Didaktik läuft, ist definitiv eher Delivery. Man versucht, Wissen zu vermitteln, auf alte klassische Wort, Wissen zu vermitteln, von einem Kopf in den nächsten Kopf zu bringen. In gewissem Rahmen Social Learning über dieses Forum, das Problem ist, dass die meisten Teilnehmer sich gar nicht blicken lassen auf dem Forum oder nur mitlesen, aber nicht wirklich aktiv dabei sind. Die Propheten reden von Personalisierung der Bildung, weil jetzt kriege ich ja die Quizze dazwischen oder sogar sind diese Quizze sogar eine Ultimate Socratization, das sind richtig sokratische Fragen, also diese Quizze sind beim besten Willen keine sokratischen Fragen. Wenn man jetzt ganz viel Technik dahinter setzen würde, das adaptiv machen, vielleicht würde es dann besser werden, aber derzeit sind diese Quizze alles andere als sokratische Fragen. Learning Analytics, man sammelt ja jeden Mausklick ein. Wie lange hat es gedauert, diese Frage zu beantworten? War es richtig? War es falsch? Wie falsch war es? Wie oft wurde dieses Video geguckt? Und so weiter. Man sammelt ja extrem viele Daten ein. Für jedes MOOC werden da irgendwie Gigabytes an Daten eingesammelt. Die Frage ist, ob man daraus lernen kann. Kann man diese Daten irgendwie verwenden? Und dann hört man eben zum Beispiel von einigen Anbietern, dass sie sagen, ja wir haben dasselbe MOOC nochmal gemacht, aber eigentlich haben wir jetzt gar nicht uns die Daten angeguckt, sondern wir haben es einfach nochmal gemacht. Eingegucken sich wirklich die Daten an. Die Frage ist, ob das wirklich was bringt. Das wird man sehen müssen. Also im Prinzip könnte man, wenn man denselben Kurs nochmal anbietet, natürlich sagen, wir ändern dieses oder jenes, weil Folgendes passiert ist beim ersten Mal. Ich weiß das aus meinem eigenen Kurs, was ich dann an diesen Daten sehe. Man sieht, bei irgendeinem Quiz bricht die Zahl ein, weil das Quiz zu schwierig ist oder zu lang ist. Man sieht, dass irgendwelche Antworten komisch formuliert sind, weil alle Leute die falsche Antwort wählen. Solche Geschichten, aber ich weiß nicht, ob man aus diesen Daten, Learning Analytics, wie sie ja so schön heißen, ob man aus diesen Daten, diesen Daten wirklich was übers Lernen erfahren kann. Also diese tiefe Deutung ist noch eine andere Geschichte. Was die großen Plattformen machen können, wenn man wirklich hunderttausende Teilnehmern hat, was die großen Plattformen machen können, ist natürlich, dass sie jetzt zufällig echt randomisiert sagen, okay, diesen 50.000 zeigen wir diese Variante des Quizzes oder des Videos und diesen 50.000 zeigen wir eine andere Variante und dann gucken wir nachher, wer besser weiterkommt. Solche Geschichten, wirklich randomisierte Studie, was man natürlich im Hörsaal normalerweise niemals machen kann. Hier kann man sie allmählich machen, aber das ist alles gerade erst am Anfang. So sieht es also aus, was bisher läuft. Wo geht es hin? Wir sehen zunehmend MOOCs mit Firmen. Das hier ist von Microsoft gesponsert, Windows 8 App-Entwicklung, ein MOOC, das einem das erklärt. SAP hat seine eigene Plattform, das Hasso-Plattner-Institut ist ja eng verbandelt mit SAP, um es vorsichtig auszudrücken. SAP hat die Hasso-Plattner-Plattform genommen, API-Plattform genommen und macht da jetzt Kurse über SAP. Also plötzlich gibt es Fortbildungen oder sind es auch fast Werbeveranstaltungen von Firmen in dieser Art. Im Zweifelsfall dann sogar zusammen mit Universitäten. An einigen Stellen wird es versucht, das Ganze sogar ohne die Hochschulen zu machen. Udacity hat etwas gegründet, was sich die Open Education Alliance nennt. Wer einen Kurs von Google auf Udacity macht, der braucht ja eigentlich gar kein Hochschulzertifikat dazu. Wer denn nachher zu Google geht und sagt, hier guckt mal, ich habe bei euch sozusagen den Kurs gemacht, dann kann Google einfach sagen, okay, akzeptieren wir und genauso die ganzen anderen. Autodesk hat einen Kurs über Computergrafik, Nvidia hat auch was Computergrafisches oder Hochleistungsrechnungsmäßiges, 23andMe hat irgendwas mit Biotechnologie und so weiter. Die brauchen gar kein Hochschulzertifikat mehr an der Stelle. Ich mache das Zertifikat bei der Firma sozusagen, bei der ich später arbeiten will. Und dann gibt es andere Schiene, zum Beispiel auf LinkedIn, die Möglichkeit, einfach dann anzuzeigen, auf dem persönlichen Profil anzuzeigen, ich habe folgende 20 Kurse gemacht, dass sie dann zum Beispiel mit Coursera zusammenarbeiten und dass Coursera wirklich auch die Verbindung prüft, dass das auch wirklich Kurse sind, die man da gemacht hat. Dann brauche ich gar kein Zeugnis mehr von irgendeiner Universität. Das wird direkt auf mein Social Network übertragen. Badges, dass ich irgendwelche Abzeichen habe an der Stelle. Endorsements auch bei LinkedIn, dass ich anderen Leuten bestätigen kann, ja, diese Person hat eine Ahnung von Mensch-Maschine-Schnittstellen oder diese Person hat eine Ahnung von Computergrafik, dass man sich gegenseitig quasi Zeugnisse ausstellt, ohne eine Institution. Andere aktuelle Baustelle, das neue Geschäftsmodell von Udacity, den hatte ich schon erwähnt, den Master von Udacity mit Georgia Tech, man kriegt Fernbetreuung, quasi aus einem Callcenter von Tutorinnen und Tutoren kriegt man Fernbetreuung, wenn man sie haben will und muss dafür zahlen. Beim Master zahlt man dann insgesamt 7000 Dollar, Master, Informatik Master, dann bei Georgia Tech, 7000 Dollar ist ein absolutes Schnäppchen, es soll gleichwertig sein zum herkömmlichen Georgia Tech Master und daneben hat Udacity Courses, da zahlt man irgendwas an 100 Dollar pro Monat und kann sich dann mit seinen Online-Tutoren darüber unterhalten, ob man dieses Projekt jetzt eher so baut oder doch eher so und wenn man Fragen hat, kann man die auch anmählen gegen seinen Monatsopulus und zum Schluss macht man dann irgendeine Prüfung. Der erste Versuch dieser Art ging ziemlich schief, muss man sagen, also Udacity hat so quasi Nachhilfekurse oder die Grundlagenkurse produziert für die San Jose State University mit deren üblichen Publikum und dann Fernbetreuung angeboten und das ging gehörig schief. Die Bestehensquote ist rapide gesunken von 65 auf 25 Prozent. Aber Trick, man lässt dann eben nicht die üblichen Studentinnen und Studenten zu, die an der San Jose State University studieren, man lässt alle zu, also die ganzen Bachelors und Masters und Doktores, die auch sonst immer bei den VUX teilnehmen und dann hat man wieder eine saubere Bestehensquote bei seinen VUX. Also das ist das neue Geschäftsmodell von Udacity, bezahlte Fernbetreuung. Andere Basis, das ist eher was breiter passiert, der Flipped Classroom MOOCs als quasi Lehrbücher, Flipped Classroom mit MOOCs. Die Studentinnen und Studenten sollen sich das MOOC angucken, die Aufgaben lösen, mitmachen bei dem MOOC und man bietet lokal Veranstaltungen dazu an. Ist schon etwas länger im Schwung, hier sehen Sie 10. April 2013, November 2012, EdX-Kurse an Community Colleges, also quasi Berufskollegs und EdX-Kurse an der San Jose State University. Die benutzen die dann als Grundlage zum Flipping. Kurse, die lokal an der Universität dann betreut werden. Man macht elektronisch mit und hat eine lokale Betreuung. Im Zweifelsfall natürlich nicht mehr Professorin oder Professor, sondern Tutoren oder irgendein Teaching Assistant. Das geht auch noch eine Stufe weiter, dass es dann gar keine lokale Betreuung mehr wirklich gibt. Uni Freiburg hatte ganz am Anfang, das ist also zu dem allerersten Kurs hier, ganz am Anfang an der Uni Freiburg, gab es tatsächlich dann eine Prüfung zu diesem MOOC. Nach dem Motto, ach, ihr guckt euch das MOOC an, ihr macht da alle mit und wir machen hier die Prüfung dazu. Ganz offiziell. Kommt er zu irgendeinem Zeitpunkt in den Hörsaal, bringt Blatt Papier mit und Taschenrechner, keine Ahnung, und dann gibt es eine wichtige Klausur dazu und dann habt ihr eine ordentliche Prüfung. Das war in Absprache. Es gibt aber auch Leute, die sowas dann ohne Absprache gemacht haben anscheinend. Das hier war ein Kurs von Coursera und da wurde dann einfach in Helsinki eine Prüfung zu dem Kurs von Coursera angeboten. Ihr guckt euch das MOOC an und wir machen die Klausur. Kein Problem. Inzwischen wird das alles ein bisschen kritischer gesehen, wenn man da genauer reinguckt, in die Lizenzbedingungen und in das, wofür man Scheine geben darf, aber hier war echt wilder Westen am Anfang. Anrechnung im Studium ist insofern das neue spannende Thema. Geht das eigentlich, was da mal so in Helsinki zum Beispiel gemacht worden ist? Dürfen wir das eigentlich so machen oder ist das irgendwie schwierig? Eigentlich geht es auch in Deutschland. Es gibt, was außerhalb von Bayern wenig bekannt ist, die Virtuelle Hochschule Bayern, die elektronische Lehrveranstaltungen zwischen den Unis und den Fachhochschulen Bayern austauscht, ganz korrekt mit Credits und richtigen Scheinen und so weiter, problemlos. Es gibt in Bremen die Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit, die man als Wahlpflichtfach elektronisch reinbuchen kann. Sowas gibt es schon, es ist nicht so bekannt, aber sowas gibt es schon und das ist natürlich eine Lücke, in die die MOOCs dann stoßen können. Man könnte als Hochschule pauschal anerkennen und sagen, okay, ihr macht da dieses oder jenes MOOC und das ist bei uns eben Wahlpflichtfach Nummer 97 geschenkt. Alles andere ist natürlich schwierig. Dann kommt eben die Studentin an und sagt, okay, ich habe jetzt hier bei Udacity mitgemacht, der Mathematikkurs an der San Jose State University, habe dafür 50 Dollar bezahlt, dass auch meine Identität geprüft worden ist und jetzt möchte ich das gerne angerechnet haben. Das ist total spannend. Ich habe es bei uns noch nicht erlebt, aber wenn das passieren wird, ist es total spannend. Was passiert dann eigentlich? Weil im Abkommen von Lissabon ist festgelegt, dass es eine Beweislastumkehr gibt. Das heißt, die Hochschule hier muss dann beweisen, nachweisen, zumindest begründen, warum dieser Schein jetzt nicht angerechnet wird. Die Studentin muss jetzt nicht begründen, warum sie den Schein angerechnet haben will, sondern umgekehrt die Hochschule muss begründen, warum sie den ablehnen. Das ist eine spannende Geschichte. Ich habe es bei uns noch nicht erlebt. Wir werden sehen. Iversity will in genau diese Richtung stoßen. Zwei Prüfungen sind da jetzt gelaufen, bereits zu Iversity MOOCs. Also das MOOC als solches ist gratis, aber man zahlt 129 Euro Prüfungsgebühr, fährt an die Hochschule, die es anbietet, macht da eine Prüfung und kriegt irgendeine Art von Schein vom Professor, der es anbietet oder von der Hochschule. RWTH Aachen hat das Betriebswirtschaftslehre MOOC bei Iversity. Da gab es wohl einen Schein vom Lehrstuhl, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Prüfung dieselbe Leistung erbracht haben wie die regulären Studentinnen und Studenten. Es gab wohl nur eine Handvoll Teilnehmer, die 129 Euro bezahlt haben und vorbeigekommen sind. Und war auch nicht sehr breit getreten in den Medien. Iversity hat die irgendwann eine Pressemitteilung rausgegeben. Bei uns gibt es DCTS-Credits, aber haben dann anscheinend alle wieder vergessen. Also waren nicht so viele Teilnehmer, wohl nur eine Handvoll. Die Frau Hergert vom Handelsblatt hat sich die Mühe gemacht, mal in Frankfurt, Köln, Mannheim bei den Unis anzurufen und zu fragen, ob die diesen Schein anerkennen. Einhellige Antwort war nein, weil der Inhalt verschieben wäre. Ich weiß nicht, ob sowas dann vor Gericht Bestand haben würde. Aber erstmal würde also der Prüfungsausschuss sagen, sorry, diese 129 Euro sind leider in den Ofen. Da kannst du mit uns nichts mit anfangen. Andere Stelle, wo es stattgefunden hat, Marketing jetzt jüngst, der Marketingkurs an der FH Lübeck. Die Lübecker haben eine Weiterbildungsinstitution, die können Weiterbildungszertifikate ausgeben. Also das ist dann nicht ein Schein des Lehrstuhls, sondern es ist wirklich ein Weiterbildungszertifikat. Die hatten 34 zahlende Teilnehmer. Und die hatten den auch vorher dann angesagt, den Leuten, die da teilnehmen, die haben den vorher auch angesagt, okay, in diesen von unseren Studiengängen wird das wirklich dann angerechnet. Solltet ihr euch entscheiden, bei uns zu studieren oder solltet ihr sogar bei uns studieren. Alle anderen Studiengänge sind natürlich alles andere. Da muss man wieder zum Prüfungsausschuss und hoffen. Ich hatte mal rund gefragt, wenn ich für meine Mathematik-Videos und Aufgaben, wie sie im Netz stehen, wenn ich dafür eine Prüfung lokal anbieten würde, wer würde denn vorbeikommen und auch noch zahlen? So ein Brief vom Prof. persönlich, anscheinend das, was da in Aachen passiert ist, so ein Brief vom Prof. persönlich scheint nicht allzu viel wert zu sein. Null Euro würden noch einige zahlen für den Brief vom Prof. persönlich. So ein offizieller Prüfungsnachweis, da würden dann schon einige 50 Euro für bezahlen. Interessantes Geschäftsmodell. Ich weiß nicht wirklich, ob sich das rendieren könnte. Es werden nicht die Massen vorbeikommen anscheinend. 186 Leute haben sich überhaupt nur gemeldet. Das ist wirklich querbeet an die zigtausenden, die bei mir auf Facebook, Google und YouTube mitlesen. Gepostet. 186 Leute haben sich nur gemeldet. Also es scheint kein Massenmarkt zu werden und es ist auch nicht sehr einträglich anscheinend. Vielleicht auch, weil alle Leute Angst haben, dass es eben nicht angerechnet wird. Es ist eben zu schwierig. Der lokale Prüfungsausschuss kann einfach sagen, sorry, das passt uns aber nun gar nicht. Einige Leute versuchen, diese Vielfalt an Nutzungen zu unterstützen. Ich habe eben die abfallende Kurve gezeigt. Am Anfang melden sich viele an, das erste Video guckt nur noch die Hälfte und so weiter. Kann man da irgendwas tun, um das abzufangen? Ich fange mal hier von unten an. Können wir ein MOOC als Nachschlagewerk haben? Dass es nicht nur ein Kurs ist, sondern auch irgendwie ein Nachschlagewerk, was dann irgendwie kreuz und quer genutzt werden kann. Wäre Möglichkeit zu sagen, okay, es ist nur zu mitlesen. Wenn sowieso die Hälfte niemals auf dem Forum ist, dass wir sagen, okay, meldet euch anders an, dann wissen wir, ihr wollt nur mitlesen, ihr wollt nicht wirklich auf dem Forum mitarbeiten. Die beiden hier oben sind noch eine spannende Entscheidung. Bei Udacity sind die meisten Kurse self-paced. Man fängt irgendwann an, hört irgendwann auf und wenn man sich zwischendurch was beibringen muss oder wenn man zwischendurch Verwandte zu versorgen hat, kein Problem, dann nimmt man eben einen Monat Auszeit ohne Deadlines. Die meisten Kurse, die allermeisten Kurse sind mit Deadlines. Die fangen am so und sovielten, so und sovielten an und hören am so und sovielten, so und sovielten auf. Getaktete Kurse. Und nur da kriegt man eigentlich diese Gruppendynamik hin, dass wirklich 10.000 oder 100.000 Leute dieselbe Übungsaufgabe zur selben Zeit bearbeiten. Das ist der Vorteil von diesen Deadlines. Das sehe ich bei meinem Udacity-Kurs ohne Deadlines. Der plätschert da eben seit fast anderthalb Jahren rum. Das Forum ist mehr oder minder tot, weil keiner erwartet, dass jetzt irgendwo noch eine Antwort kommt von irgendeinem. Das ist ein echtes Problem bei diesen Self-Based-Kursen. Also sie sind sehr freundlich und sehr entspannt, weil ich sie beliebig ausdehnen kann, aber diese Diskussion ist nicht mehr da. Je spannender diese MOOCs werden aus kommerzieller Sicht, umso mehr tauchen die Rechtsanwälte auf. Urheberrecht hat ganz viele Aspekte da drin. Wo sie auf der lokalen Lernplattform vielleicht noch irgendwelche Materialien benutzen dürfen, noch solange die Ausnahmeregelung im Urheberrechtsgesetz drin steht, ist natürlich in der großen Öffentlichkeit Feierabend. Ich kann nicht irgendeinen Textabsatz da reinnehmen, ich kann nicht ein Bild, eine Tabelle oder sowas in das MOOC reinnehmen, ohne dass ich die Genehmigung habe oder ohne dass zufällig diese Tabelle wirklich gemeinfrei ist, irgendwie was wie CC BY oder so eine Lizenz. Alles sehr schwierig. Das heißt, man muss sehr vorsichtig sein mit den Materialien, die man da, Fremdmaterialien, denen das zeigt. Was ich eben gezeigt habe, dass Helsinki so ein Coursera MOOC unterstützt, ist auch sehr kritisch. Die Nutzungsbedingungen von Coursera schließen ausdrücklich aus, dass man diese MOOCs belegt, um Credits zu erwerben. Man darf sie als Spaßvergnügen belegen, dann sind sie gratis, aber wenn man damit Credits erwerben will mit den Coursera MOOCs, dann braucht man eine Genehmigung. Also auch diese Offenheit ist da ein Problem. Die sind nämlich nicht wirklich offen, die meisten MOOCs. Bei der MOOC-Produktion, wenn ich so ein Team habe, Dozentin, Videoschnitt, dann macht jemand die Quizze, jemand kümmert sich um den ganzen Aufbau. Wem gehört das Ding jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht. Das muss man wahrscheinlich irgendwie dann vertraglich festlegen und es ergibt sich arbeitsrechtlich auf jeden Fall alles sehr heikel. Beiträge von Teilnehmern. Wenn jetzt ein Teilnehmer eine Seite Erklärung schreibt, das habe ich bei mir häufiger gesehen, dass da so lange Beiträge kommen, das war im Video vielleicht ein bisschen kurz. Hier kommt jetzt eine richtige Erklärung. Wem gehört eigentlich dieser Beitrag? Datenschutz wird heiß diskutiert, wenn man nicht einfach nur als deutsche Universität sagt, ach, wir schicken unseren Kram an Coursera und dann läuft es offiziell in den USA. Wenn man sagt, unsere lokalen Studentinnen und Studenten haben das zu belegen, dann wird das heikel. Dann dürfen die Daten nicht in die USA gehen, nicht direkt zumindest. Dann gibt es solche Gedanken, okay, in Dublin gibt es 1000 Datacenters, dann speichern wir die Daten eben irgendwo in Dublin und nicht in den USA. Oder wir bauen irgendeine Firma auf in Deutschland, diese Daten speichert, darf Aversity diese Daten speichern für normale, eingeschriebene Studenten, Studentinnen. Muss man sich nochmal genauer angucken. Oder muss es irgendwie anonymisiert werden, dass im Forum dann eben nur der Teilnehmer XYZ 398 postet und nicht Egon Müller postet im Forum. Datenschutz auch noch in der anderen Richtung. Die Beiträge von Teilnehmern. Wenn ich da eine Frage stelle auf dem Forum, ist 2 plus 2 nicht 5 und diese Frage bleibt für alle Ewigkeit da stehen, ist vielleicht auch ein bisschen ungeschickt. Was ist mit Löschung? Aber ich kann es ja auch gar nicht löschen. Inzwischen ist Google durchgegangen und hat es indiziert oder wie auch immer. Was ist mit Datenschutz, was die Beiträge von Teilnehmern angeht? Vielleicht möchte ich das in ein paar Jahren gar nicht mehr sehen, was ich da mal gepostet habe. Akkreditierung habe ich gelernt. Diese Woche bei der EMUX-Konferenz in Lausanne. Also es ist nicht automatisch mit so einem Studiengang dann auch ein MOOC akkreditiert. Die Europäische Union denkt sich da anscheinend gerade sehr viele Sachen aus, was man da alles noch prüfen könnte. Und dann gibt es elend viel Kreinkram an solchen rechtlichen Geschichten. Sobald eine Hochschule privatrechtliche Verträge schließt, also nicht normal den Studienbetrieb macht, sondern privatrechtliche Verträge schließt, zum Beispiel, wir machen mal eine Prüfung für irgendeinen MOOC, dann macht sie eigentlich genehmigungspflichtigen Fernunterricht. So würde ich das zumindest verstehen und brauche eine Zulassung dafür. Sendegenehmigung. Wenn man eine bestimmte Zahl an Teilnehmern überschreitet, die man da live erreichen könnte nach Sendeplan, braucht man plötzlich eine Sendegenehmigung. Das ist wirklich was total Antikes. Barrierefreiheit für die Hochschulen, wenn ich offiziell was verpflichtend anbiete, was ist denn jetzt mit Untertiteln, was ist mit Videozusammenfassungen, sind die Quizze auch für Blinde zugänglich und so weiter und so fort. Wenn man das alles berücksichtigen wird, dann wird es teuer werden. Aus Sicht der Kapazitätsverordnung, wenn eine Lehreinheit Luft hat, MOOCs zu bauen, dann darf sie, glaube ich, kein numeros Klausus mehr haben, zumindest aus meinem Rechtsgefühl heraus, weil wenn diese Arbeit so da reingesteckt werden kann, dann kann ich nicht plötzlich irgendwelche Zugangsbeschränkungen für irgendwelche Studiengänge veranstalten. Da muss man sicherlich aufpassen. Wie wird überhaupt die MOOC-Produktion angerechnet auf die Semesterwochenstunden eines Professors, einer Professorin? Umgekehrt auch von der Nutzung. Was passiert zum Beispiel bei den Betriebswirtschaftlern, wenn da jetzt nicht mehr 500 Leute im Hörsaal sitzen, sondern nur noch 100 Leute im Hörsaal sitzen? Müsste man das jetzt berücksichtigen in der Kapazitätsrechnung? Und aus Sicht der Professoren, Professorinnen, Nebentätigkeit, das habe ich jetzt auch gerade in Lausanne gelernt, Lausanne verbietet seinen Dozentinnen und Dozenten Udacity-Kurse zu machen. Die sagen ganz einfach, diese Nebentätigkeit wird nicht genehmigt. Bücherschreiben ist okay, aber MOOCs irgendwo machen geht nicht. Spannende Geschichte. Ich habe das vor zwei Jahren noch so locker als Nebentätigkeit durchgekriegt. Da wusste noch keiner, was das ist und was es werden wird, aber das wird anscheinend kritischer gesehen inzwischen. Dann das weg. Chancen und Risiken. Diese Digitalisierung könnte Vorteile haben, dass ich Sachen wiederverwende. Wenn irgendjemand den Begriff der Ableitung in der Mathematik ordentlich erklärt hat, dann bräuchte man das ja eigentlich nicht, nochmal 20 Mal zu machen, sondern könnte das überall verwenden. Das, was es schon gibt, könnte man anpassen an seine eigenen Bedarfe. Man könnte zusammenarbeiten und sagen, okay, du erklärst das Vektorprodukt, ich erkläre das Skalarprodukt und dann haben wir zusammen was. Man könnte über die Jahre verbessern. Gucken, da ist ein Fehler drin oder dieses ginge besser, dieses Quiz ist ein bisschen komisch. All das könnte man machen. Das Problem ist, sobald Kommerz da reinkommt und Wettbewerb auch zwischen den Hochschulen wird ja gefördert, staatlicherseits der Wettbewerb zwischen den Hochschulen. Sobald das da reinkommt, haben wir ein kleines Problem, dass dann das alles abgeblockt wird. Man könnte sich bei den MOOCs auf das Lernenswerte besinnen. Warum geht es eigentlich in der Hochschulbildung? Geht es darum, irgendwelche Rechenschritte auswendig zu wissen oder geht es darum, recherchieren zu können? Geht es darum, mit Leuten zusammenzuarbeiten? Und wie macht man das am besten? Wie vermittelt man das am besten? Aber was derzeit ja eher passiert ist, dass man sagt, okay, es gibt so eine klassische Vorlesung, die nehmen wir eins zu eins, filmen die ab und dann kommen da noch ein paar Quizze rein, muss doch sein, also kommen da noch Quizze rein und zack, haben wir einen Hub. Damit wird diese klassische Form festgeschrieben, ohne dass man darüber nachdenkt, was man da eigentlich veranstaltet. Am Anfang war der Gedanke Bildung, Ausbildung für jedermann. Man sucht sich irgendwas zusammen, Cafeteria, und stellt sich selbst was zusammen. Aber das hat natürlich einen Preis. Ich sitze nicht mehr im Klassenverband und ich habe nicht eine persönliche Unterstützung. Bei den 500 Leuten in der Betriebswirtschaftslehre habe ich auch nicht, ich sage zwar die persönliche Unterstützung, aber an vielen Stellen gibt es ja tatsächlich noch persönliche Unterstützung an der Hochschule. All das geht über Bord bei diesen MOOCs. Und im schlimmsten Fall kommt es dann dahin, ich muss nicht nur drei unbezahlte Praktika machen, ich muss auch noch fünf MOOCs mir selbst antun, übers Wochenende überhaupt eine Chance zu haben, einen Job zu kriegen. Wenn alle Leute MOOCs belegen, kann ich nicht der Einzige sein, der keine MOOCs belegt. Also muss auch ich dann so und so viele MOOCs belegen und diese Zertifikate, auch wenn sie eigentlich nichts wert sind, rechtlicherseits, diese Zertifikate an meinen Lebenslauf dranhängen, an meine ganzen anderen Zeugnisse dranhängen. Da hat man inzwischen, zum Beispiel bei der Hochschulzulassung in den USA, wenn jemand schon ein paar MOOCs von dieser Hochschule besucht hat, belegt hat, wird der bei der Hochschulzulassung besser gerankt, als jemand, der das nicht gemacht hat. Also plötzlich kommt ein Zwang, diese Kurse zu belegen. Wir haben so eine Entbündelung, es gibt Dienstleister für Prüfungen, es gibt Dienstleister für E-Learning, es gibt Dienstleister, die den ganzen Kurs bauen von A bis Z und das für einen selbst anbieten. Eine Entbündelung der Hochschule, die Teilaufgaben zerlegt auf einzelne Dienstleister und das heißt, man kann nicht mal gerade sowas querfinanzieren, was umbuchen, die Achtsemesterwochenstunden für die Uniprofessur und der Rest der Woche ist frei und der Rest der vorlesungsfreien Zeit vor allen Dingen auch, ist frei zur Forschung. Das rentiert sich dann plötzlich nicht mehr, weil 24 Stunden Lehrauftrag ist viel billiger an der Stelle. Plötzlich ist diese Forschungsprofessur weg und stattdessen, statt drei Forschungsprofessuren, hat man einfach nur noch einen Lehrauftrag. Viel billiger, weil diese Querfinanzierung einfach nicht mehr da drin ist. Diese Achtsemesterwochenstunden können nicht mehr die ganze andere Zeit der Professur querfinanzieren. Und es gibt einen zweiseitigen Markt, den sehen wir anderswo auch. Amazon hat auf der einen Seite die Leser und auf der anderen Seite die Autoren. Apple hat die ganzen iPhone-Besitzer auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Autoren von Apps und auch noch die ganzen Musiker obendrein und Aldi hat die Lebensmittelproduzenten auf der einen Seite und die normalen Konsumenten auf der anderen Seite zweiseitige Märkte mit sehr mächtigen Leuten, die in der Mitte sind und das Geschehen bestimmen. Wenn Apple sagt, dieser Dreck kostet 95 Cent, dann kostet er 95 Cent und wenn Aldi sagt, diese Milch kostet, keine Ahnung, 50 Cent, dann kostet die eben 50 Cent. Und sowas ähnlich sehen wir dann eben höchstwahrscheinlich auch mit Coursera. Vielleicht auch ein bisschen mit AdEx, aber Coursera ist derzeit dieser zentrale Knoten an der Stelle. Also es gibt dann eine Instanz außerhalb der Hochschulwelt, eine kommerzielle Instanz, die plötzlich stark eingreift in das, was da passiert. Und was ich sehr bedenklich finde, damit möchte ich auch schließen, was ich sehr bedenklich finde, ist, dass wir die ganze Zeit über Berufsqualifizierung nachdenken. Und wenn es um Akkreditierung geht, Qualitätslabel von der EU und so weiter, da geht es an allen Stellen um Berufsqualifizierung. Sehr eng, mit ganz vielen Schollklappen um Berufsqualifizierung, finde ich sehr gefährlich, weil Hochschulbildung sollte weit darüber hinausgehen, gerade ohne Schollklappen funktionieren. Dieses Zitat von Steve Jobs finde ich da sehr erleuchtend. Because I dropped out, I decided to take a calligraphy class It was beautiful, historical, artistically subtle, in a way that science can't capture and I found it fascinating. Man stelle sich vor, wenn Steve Jobs jetzt diesen Kurs nicht besucht hätte, das war überhaupt nicht berufsqualifizierend, das passte überhaupt nicht in das, was er vielleicht hätte machen sollen und so weiter, überhaupt nicht berufsqualifizierend, aber man stelle sich vor, er hätte diesen Kurs nicht besucht. Ich möchte noch auf ein Buch hinweisen, Rolf Schuhmeister hat es herausgegeben, da sind auch zwei Artikel von mir drin, das ist gratis zu haben, aus dem Netz, Massive Open Online Courses, das fasst diesen ganzen Themenkontext nochmal schön zusammen. Dankeschön. Applaus